So, ich nehme jetzt gerade am Tag auf, wo das Whirlpool Event gestartet hat, erst aber noch eine Info und zwar habe ich mir überlegt, es gibt ja einige hier auf meiner Liste, die nicht wirklich aktiv spielen, hier zuletzt online vor 10 Tagen, vor 8 Tagen, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diejenigen, die 8 Tage oder mehr da stehen haben, die also länger als eine Woche nicht mehr gespielt haben, ich die eher runternehme, weil die anscheinend nicht das entsprechende Interesse an dem Spiel haben, an der App, da ich einfach noch so unheimlich viele Freundschaftsanfragen habe, obwohl so viel sind es tatsächlich gar nicht mehr hier, doch, oh, ich habe da direkt bis nach unten gescrollt, dass ich einfach noch die Leute draufnehmen kann, die mir auch noch Anfragen geschickt haben und wir gucken mal ganz kurz, das Whirlpool Träume Ereignis ist da, Entendollars verdienen, schließe Whirlpool Ereignisse oder Missionen ab, um Entendollars zu verdienen, Whirlpool Wundertüten kaufen, hol dir für Entendollars Whirlpool Wundertüten, um deine Whirlpool Kollektion in Gang zu bringen und Kollektion abschließen, schließe die Whirlpool Kollektion ab und mache bei deiner nächsten Party mächtig Eindruck, machen wir doch glatt, der ist cool, was haben wir hier, ja, wir können einmal welche für, ähm, für die, für die Entendollars können wir welche kaufen und für SimCash. Das Event endet kommenden Dienstagabend, habe ich das richtig gesehen? Ähm, ich würde aber gerade erstmal noch ganz gerne ein kurzes Ereignis hier mit Fabi starten, dass wir ein bisschen, äh, ja, uns noch besser kennenlernen. Ist es überhaupt noch möglich, dass wir ein Paar werden, weil ich ja dieses Nerdmäßige gewählt habe? Wenn das nicht gehen würde, dann fände ich's blöd, weil Nerd und Nerd können natürlich ein Paar werden. Ähm, ja, also ich möchte nämlich auf jeden Fall mal noch unsere To-Do-Liste abschließen, natürlich mal wieder. Ähm, einiges habe ich schon ab, oh, über Fitness reden, das wird Fabi nicht interessieren, mich aber, mohaha. Was nicht heißen soll, dass ich sage, dass Fabi dick ist, aber ich bin einfach da doch deutlich, ähm, interessierter in, in Sachen Fitness. Und entsprechend essen und sowas. Ich habe mir eben noch wieder was angeguckt über Protein-Pancakes und Protein-Brownies. Extra Kalorien reduziert, aber dafür mit viel Protein für den perfekten Muskelaufbau. Klingt geil? Ist bestimmt auch geil. Mal gucken. Solche, das ist immer, ja, das ist immer so schade, diese Fitness-Sachen, ne, die sind immer so, weil sie so als übergesund gelten, kann man sie dann auch immer gleich überteuer anbieten. Das sind dann halt immer so, so Special-Sachen, das kann man sich irgendwann mal gönnen, das ist nichts, was man regelmäßig isst. Ähm, dann kann man irgendwann, äh, das wahrscheinlich sowieso nicht mehr sehen. Aber ausprobieren will ich das auf jeden Fall mal. So. Vielleicht mal so, hey, Mama, ich bringe dieses, oh, ich bringe dieses ja zu meinem Geburtstag Protein-Brownies mit. Schmeißt du mir die genauso vor die Füße, wie Fabi mir gerade das Geschenk vor die Füße geworfen hat. Und ich bin mega enttäuscht, dass Fabi mir das Geschenk so vor die Füße geschmissen hat. Auch wenn es ein Scherzgeschenk war. Guck mal, hier zusammen zocken. Vielleicht das noch? So. Ja, ihr seht, meine Energie ist schon recht niedrig. Ich habe nicht bei voller Energie angefangen, da ich nämlich eben schon kurz vorher ein so ein Social-Event abgeschlossen hatte. Denn, ähm, ja, ich wollte jetzt einfach nicht die ganze Zeit... Ja, wir spielen nicht sowas, was du nicht spielst und das ist blau. Dein Pullover. Ähm, ich wollte jetzt nicht so die ganze Zeit diese Social-Events mit euch machen. Need for Tweet Jagd auf Mode spielen. Oh mein Gott, Need for Tweet ist gut. Aber ich kann ja auch mal, ich kann ja Punkt 1, kann ich erstens eine schnelle Dusche nehmen, um 5 Energie wieder herzustellen. Das ist möglich. Ähm, und wir können ja auch noch so ein Powernap machen rein theoretisch. Und dann haben wir das ja auch alles wieder drin. Äh, Spielerfolge vergleichen. So, wer hat denn den längeren? Ah. Ich versuche es trotzdem noch mal, ihm einen albernen Streich zu spielen. Fabi ist immer albern. Ja, siehste doch. Freut sich, die lachen dann so ein bisschen, äh, wie, wie Spongebob. So, und wir arbeiten daran, dass, äh, unser Verhältnis sich ein wenig verbessert. Und wir haben einen weiteren Punkt auf der To-Do-Liste abgeschlossen. Die zwei Beziehungs- oder Familienereignisse haben wir abgeschlossen. Äh, Karriere habe ich auch schon wieder abgeschlossen. Nutze den Tag. Fünf Ereignisse abschließen. Typveränderung. Ich habe mir nämlich einmal andere Schuhe angezogen. Und die Sticker zu vergeben, habe ich auch schon abgeschlossen. Wir sind ganz, ganz kurz vor Level 14. Toll. Das heißt, ich muss jetzt nur, ähm, noch irgendwas für zu Hause kaufen. Irgendwas. Haben wir noch vielleicht irgendeine Kollektion? Wellness Ahoy. Das ist ein schönes Badezimmer, ne? Eigentlich schon hübsch. Oh. Jetzt habe ich das verkauft und habe gesehen, dass das hier SimCash kostet. Verflixt? Nicht gut. Dann muss ich doch erstmal wieder das hier kaufen. Jetzt verbrauche ich dafür für tatsächlichen Einrichtungs... Nee, es ist wieder da. Ha. Das ist ja praktisch. Ähm. Boah, das kostet auch alles SimCash. Heidenai. Oh, eine Kaffeekanne. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber hier so ein... Warte mal, das hier, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen anders hinstellen. Ähm... Hoppala. Ja, wir drehen uns weiterhin fröhlich im Kreis. Weil das kann tatsächlich sein, wie ihr das gesagt habt, dass das deswegen nicht funktioniert, weil der Tisch, weil der Stuhl zu nah an der Wand steht. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir den Tisch mal da hinstellen. Und das würde ich gerne... Die Obstschale würde ich gerne auf den Tisch draufstellen. So. Hat das jetzt schon gereicht für unsere To-Do-Liste? Dafür ja, dafür noch nicht. Wir haben, äh, zu wenig Simoleons ausgegeben. Wir haben tatsächlich nur die Hälfte. Hier, Dekoration haben wir abgeschlossen. Ja, dann, 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 dann müssen wir noch was kaufen. Eine Küchenmatte. Was ist denn eine Küchenmatte? Ach, dafür, dass ich mir den Boden nicht versau. So. Warte mal, ich will aber mal noch gucken. Ja, ich glaube, ich nehme die mal in der Farbe. So, jetzt haben wir das auch abgeschlossen. Zack. Denn wir bekommen jetzt... Oh, Level 14. Wir haben wieder Sim-Cash. Oh, Kerzen. Ich liebe Kerzen. Neue Klamotten haben wir bekommen. Okay. Und, äh, vielleicht habt ihr es gesehen hier. Wir haben jetzt auch welche von diesen Entendollars bekommen. Das ist, äh, sehr fein. Zehn Entendollars haben wir jetzt. Okay, das heißt, damit müssen wir uns auch mal beschäftigen. Ich muss hier generell auch mal... Ich muss, glaube ich, auch mal Baufolgen machen, wo ich das komplette Haus so ein bisschen abändere. Ganz, ganz dringend. So, ansehen. Wir können... Was können wir denn hier alles... Oh, Whirlpool. Heißer Whirlpool. Kleiner Esstisch. Oh, ich liebe diese Gartenmöbel und diesen... Diesen, diesen Baum. Ich liebe ihn. Auch an Sims 4 schon. Ja, nice. Elf Objekte gibt es. Okay. Okay, ähm... Und anscheinend brauche ich 50... Genau, ich brauche 50 Entendollars, um... Um ein so ein Ding einzulösen. Ach, hier unten übrigens sehen wir, was wir machen können. Missionen, schmackhafte, ähm, Spa-Snacks und, ähm, extravagante Whirlpool-Mode. Das ist natürlich doof, denn ich kann ja im Studio nicht mehr arbeiten. Das ist ärgerlich. Ähm... Von Whirlpools träumen? Ah, okay. Kostet nichts und bringt mir nichts. Außer... Außer Entendollars. Na, dann machen wir das doch glatt. So, gucken wir mal da, ähm... Und dann können wir... Äh... Fernseh gucken. Aber den Whirlpool-Sender. Wir wollen uns ja ablenken von Whirlpools, deswegen gucken wir den Whirlpool-Sender. Das macht voll Sinn, habe ich gehört. Ähm... Echt? Ich muss die extravagante Whirlpool-Mode abschließen? Wir können ja nochmal gucken. Vielleicht klappt das ja jetzt mit dem, ähm, mit dem Update wieder. Dass ich wieder in der Modebranche tätig sein kann. Voll im Trend. Und? Und? Ja, 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 ja. Nein. Es geht einfach nicht mehr. Bei mir ploppt das nicht mehr auf. Es ist doch Mist. Aber hier, Leute, seht ihr das? Ich kann die Sachen machen. Aber das bringt mir halt alles nichts, weil ich ja kein Event habe, was ich abschließen kann. Ich sammle irgendwas, aber... Ja. Ist schon doof. Einie! Es ist Einie! Ja, das ist blöd, weil da müssen wir... Ja, da müssen wir mal gucken. Ähm, dann, ähm... Oh, du hast genug Entendollars, um eine Whirlpool-Wundertüte zu kaufen. Tippe auf das Whirlpool-Symbol, um mehr Infos zu erhalten. Das machen wir doch glatt. Echt, ich habe schon so viele. Huch. Oh, ich habe genau 50. Jetzt bin ich gespannt. Wir bekommen... Oh, der ist ein Baum! Yay! Awesome! Zehn Stück davon können wir bekommen. Oh, ich liebe es. Dieser Baum ist so toll. Jetzt haben wir den hier als Geschenk drin. Wir haben ja auch noch so einen komischen Teppich. Einen Seifenblasenteppich. Dieses bunte Ding. Das könnten wir auch mal hier hinlegen. Oh, der geht da nicht hin. Warum geht denn der da nicht hin? Ich brauche den BB-Move-Objects-Cheat ja auch in dem Spiel. Ah, wegen dem... Da habe ich doch irgendwas hingehängt. Geht der echt wegen dem Bild nicht da hin? Äh... Der hängt da grundsätzlich... Steht der da immer... Unschön. Dann hängen wir das nochmal da hin an den Baum. Wir können den ja mal da hinstellen, ne? Wir können den ja immer noch wieder verschieben. Oh, es wird langsam grün. Ich liebe es, wenn mein grün... Wenn mein Haus so grün grünt. Es grünt so grün, wenn Spaniens bliehen. Ich habe schon wieder vergessen, woher das kommt. Ähm... Was zur Hölle? Guck mal, Fabi kann das hier starten. Dabei ist er eigentlich Koch. Das ist schon sehr merkwürdig. Es ist ein langes Event. Ähm, bringt uns das hier irgendwas, wenn wir hier Modekarriere... Das stilvolle Öl-Gemälde. Das könnten wir da hinhängen. Und... Wir haben relativ viele Einrichtungstickets. Das könnte man vielleicht hier direkt so neben hängen. Yay, wir haben uns verbessert. Wir sind der exzellente Gestalter. Lifestyle verbessert. Yay! Bringt uns nun jetzt leider für Fabi gar nichts mehr, merke ich gerade. Egal, fürs nächste Mal. Ja, dann muss ich aber schauen, dass ich dann vielleicht... Äh... Warum kann ich jetzt nicht arbeiten in der Küche? Das macht doch schon wieder gar keinen Sinn. Warum kann ich das jetzt nicht annehmen? Vielleicht muss ich erst da hin... hin stapfen. Ich hänge irgendwie... wenn ich hier bin... hängt es hier fest. Vielleicht sollte ich hier generell mal mit ihr diese ganzen Sachen abschließen. vielleicht klappt das dann ja auch irgendwann und ich komme wieder da raus. Das kann natürlich auch sein, ne? Über perfekten, äh... Sparlug reden. Ja, weil hier mit... Das ist echt doof. Weil wir können ja hier mit mir alles machen, was wir normalerweise hier in diesem Job machen. Ähm... Nur eigentlich ist das ja gar nicht mehr unser Job. Und deswegen können wir wahrscheinlich... Ich denke mal, dass ich jetzt mit meinem Charakter nicht mal hier im, äh... im Krankenhaus arbeiten könnte. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen ärgerlich ist das. Ähm... Weniger offenherzigen Look nahe legen. Oha. Gut, dann würde ich vielleicht sagen, dass ich mich für heute aber erst mal von euch verabschiede. Ne, ich werde jetzt mal ganz kurz noch schauen. Hier, Freundesliste kann ich irgendwie sortieren nach... Nach zuletzt online? Ne. Muss ich mal gucken. 4 Stunden, 3 Stunden, 10 Stunden... Prinzipiell sind die, die vom Level her niedriger sind natürlich generell wohl eher diejenigen, die länger nicht gespielt haben. Hier vor 9 Tagen... Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, wie ich die A hier... Das ist keine, keine persönliche Wertung, aber wenn jemand wirklich, ähm... länger als eine Woche, also 8 Tage oder länger nicht mehr da war, dann gehe ich mal eher davon aus, dass das Spiel für diejenigen jetzt nicht so super interessant ist. Äh, denn einige hatten mir auch schon geschrieben, dass sie am Anfang ein bisschen gespielt haben und ihnen das Spiel dann langweilig geworden ist. Das ist ja alles kein Beinbruch, aber ich möchte dann einfach denjenigen, denjenigen, ähm... das Ganze ermöglichen, ähm... auf der Liste zu sein, dass ich euch auch mal besuchen kann. Ich weiß, das habe ich momentan noch nicht so oft gemacht, aber ich will es ja auch irgendwann mal machen, äh, dass ich das einfach denjenigen ermögliche, die, äh, aktiv spielen. Und ansonsten würde ich es auch irgendwie schade für diejenigen finden, die dann gerne noch auf der Liste drauf würden und, ähm, sie haben dann halt keinen Platz mehr. So, also wie gesagt, wertet das nicht als persönliche Meinung, sondern ich mache das hier wirklich nur je nach Online-Zeit abhängig. So, jetzt kann ich nämlich nochmal direkt zehn Leute annehmen. Nehme ich hier einfach mal der Reihe nach an. So, Freundesliste ist voll. Gut. Haben wir jetzt schon wieder neue Leute drauf, die länger nicht mehr da waren. Nein, Quatsch. So, ähm, ja. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich für heute von euch. Und, ähm, ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt und damit bis dahin. Tschüss. Wir sehen uns morgen wieder.